so langsam gebe ich auf aber ich will nicht aufgeben ich hasse dies mit ist die hölle dieses mädchen lässt mich nicht mehr schlafen bald ganz ernst ich verstehe nicht warum sie so schwer ist ja was kann weg das kann weg glaube ich ja armbrust neun schaden sache später kriegst du euch neun schaden ganz gut hin dass die sache später kriegst neun schaden super gut hin da ist egal ok das war es anscheinend schon ok ok kanung das ja mein wegen schwert und was das hier schneeflocke flippt ein würfel ein ok warte ich nur schwert man nicht mit weiter schwert im halt möchte ich versuche mal was herauszulassen nicht behalten kann weil anscheinend wenn nur sachengewürfe die drin sind das heißt wenn ich es rausnehmen ist es weg dann kann ich wirklich nicht mehr verlieren und das schwert ist an sich eine sehr consistent waffe muss man sagen sie ist sehr consistent macht gut damage und ich will sie auch behalten gerne wenn es geht oh wow ok sehr gut und sehr gut gefroren und schaden ich habe gerade doppel hingeben ich meine es reicht nicht das gute so reicht für nichts also kann ich damit leben ok ich muss sagen das läuft ganz gut mit den sachen dann kann ich das eis ding weg machen ja ich werde 1 3 verlieren müssen jetzt leider weil ich kämpfen muss aber hat er nicht das noch was was passiert drinnen schlüssel klingelt die wüffel zurück die wüffel zurück ok ich kann zur not verschwinden warum ist gemacht mich blöd nein ich habe genau das weil ich das ich eben nicht machen wollte eigentlich ich meine wiederum eigentlich so gut weil ok ich will ihn sicherlich einfrieren lassen ne 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 einfach schlechte idee warum ich will ihn nicht einfrieren denn das macht schaden das macht genauso schaden toll hier erstaunlich entzückeln ich freue mich drauf durch doch viele weitere mal unseren gemeinsam ewigkeit zu bekämpfen auch dank der zauberer ich habe die ollie obwohl die nicht wirklich was mache ich ich meine ja komm oh ja ok ok was mache ich jetzt ich nehme das mal mit dem flammenwerfer ja und packt davon hofft dass das schwer dran kommen weil das schwer kann ich so weg tun das brauche ich nicht so dringend bei erstmal kann ich jetzt dass wir machen das war schon 17 schaden dass ich schlecht er muss sich ab er muss sich entbrennen werden was machen möchte das auch nicht schlecht und jetzt schon gewonnen ja es läuft doch schwert kommt schwer kommen ja schnell schnell schwert 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 natürlich nicht warum auch man macht das dann weg ok ich möchte was verbessern ja und zwar ich würde euch nicht klar machen nein will ich nicht weil wenn ich kleiner mache ist die chance noch wahrscheinlich als es dann kommt deswegen noch mehr schaden ernsthaft ich habe mich verhalten können warum warum heile ich mich nie dass du strahlen waffe nehmen behalte ich dich noch draußen weil nachher kommst du rein habe ich problem ist wirklich weil diesmal draußen level ab wie sie mal level aus cash in lachen wohnen ich glaube nicht ich gehe jetzt mal zu mir gerade weil er mit zwei ist ok ja das andere und die geht die runde ok natürlich was sonst natürlich das meer das meer ist weit entfernt doch die von meinem herzen werde ich immer berat bleiben ha preventivo da me schwert Schokokeks, Schokokeks? Okay, Schokokeks, okay, Schokokeks. Ich möchte gerne was kaufen, denke ich mal, vielleicht, kann ich was kaufen, überhaupt? Oh, das kriegt, oh, nochmal so eine Schlüsselklinge. Oh, das wäre cool. Ja, bitte nochmal so eine Schlüsselklinge, danke. Wow, wow. Da ist gerade eine Menge passiert, Junge, 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 Junge. Oh, ist schon egal. Yay, level up. Ich habe nur ab, okay. Na, meint. Ich kann mir gleich was leisten. Warte, ne, 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 ne. Oh, ich wollte euch kämpfen. Okay. Wow, 20 Schaden, ey. Es läuft. Na, meint, alles okay, alles okay. Alles okay. Jetzt muss ich ja nichts loswerden, oder? Ja, ja, ich wusste, ist das das Problem, nämlich. Hey, Metallbegriff, hey. Metallbegriff? Metallbegriff? Was? Glaube ich da. Metallbegriff, hä? Oh, nochmal, Metallschrott. Ich merke, Metallschrott ist echt ganz cool, weil dann kann ich Sachen verschützen, dass sie vielleicht mir weggenommen werden. Daher beschütze ich jetzt mit dem Metallschrott, den ich habe. Oh, bist du denn traurig? Okay. Wie viele waren es jetzt, 19? Ja, 19. Okay. Kriege ich jetzt, ja. Kriege ich eine 6. Oh, ich kriege eine 6, sehr schön. An sich will ich schnell wenden, daher mache ich das nochmal. Und dann nochmal das hier und her. So, schnell wendet. Okay, Metallschrott kommt weg. Obwohl. Ich werde mal überlegen, ob ich die Fälschung wegmachen möchte. Okay. Ich werde mal überlegen, aber jetzt ist es wirklich zart zu sterben. Ich will nicht. Bam. Ach, du schaust, ja, nehme ich. Kannst du dich alles machen. Wir würden die ersten Angriff, alles klar. Dann wiederholen wir das mit dem aus hier. Und nimmt dann den Schaden. Nimm den Schaden. Nimm den Schaden. Den Schaden. Dankeschön. Okay. Oh, die Dornen. Oh, warte. Ist gar nicht so schlimm, oder? Warte. Ja, doch. Die Dornen sind trotzdem, ne? Da war noch ein Männchen. Selbst am Anteilnahme. Aber mach dir keine Hoffnung. Bei mir ist es nichts auch sehr gut. Und deine eigene Teile, das ist doch gewonnen, weil du Mensch bist. Was für ein seltener Typ. Panzerkäfer. Neuen Schaden, die ich brauche. Die ich machen kann. Deswegen neuen Schaden nehme ich wohl. Danke. Ja. Au. So, man darf seinen Schaden nicht unterschätzen. Der ist nicht von schlechten Eltern, seinen Schaden. Aber unserer auch nicht. Oh, da kommt der Schaden. Da kommt der Schaden. Oh nein, ich mein... Was? Oh nein, ich mein schlechter Würfel? Oh nein. Ich meine drei. Okay. Ähm, Metallschrott. Und ich möchte gern... Obwohl? Ich kopiere mal einen. Und zwar möchte ich gerne die da kopieren. Ja. Danke. Funke. Sehr gut. Nimm den Funke mit rein. Funke mit rein. Statt der Strahlenwaffe. Nee. Was mache ich jetzt? Vielleicht kann ich ja nichts drinnen und schon mal ein Item kriegen. Anfang, wer weiß. Hey. Nein. Eine Verbesserung aber. Toll. Nimm mich auch. Sehr ruhig. Okay. Das ist nicht verdoppelt. Nein. Oh mein Gott. Ist doch geil. Schief, was ich fahrte. Oh. Okay. Er doppelt auch noch. Aha. Das klappt auch noch sein ganzer Move. Aha. Doof. Reicht. Ach nee. Jetzt macht er das nur. Aha. Hey. Jetzt kann er keine Doppelten bekommen. Yay. Hm. Was? Oh. Er hat ausgewichen. Mein Würfel. Wo ist der? Hallo? Wo ist mein Würfel? Oh. Okay. Doppelte. Sechser. Ah. Warte mal. Äh. Äh. Mano. Schon wieder Doppelte. Man. Was soll das denn? Hoff du mit. Aber ich hatte keinen Geraden. Das heißt, er kann nicht ausweichen. Das ist gut. Immer etwas. Okay. Der Schaden läuft. Der Schaden läuft. Mhm. Er hat wieder Doppelte. Mal wieder zwei Schaden. Ah. Aber er kann neulich nicht ausweichen. Das ist gut. Da fehlt noch eine Runde leider. Naja. Gibt schlimm aus dem Schaden zu kriegen. Gibt schlimm aus dem Leben. Bup. Yay. Gewonnen. Was kriege ich jetzt? Äh. Funke kann weg. Ciao. Elektromagnet. Actually. Äh. Nehme ich mit? Fragezeichen? 8 HP. Nehme ich auch mit. Jo. Das war nichts Geräusch von dir gerade. Oh wow. 22 Schaden. Und einmal geschockt. Wow. Wow. Hey. Brauchte sie. Was? Oh. Okay. Ist ja geklappt. Deswegen. Ah. Er ist nicht dumm. Ändert nichts im Schaden. Der weh tut. Äh. Aber es reicht trotzdem. Yay. Bin so schlau. So gut aussehend. Schauwürfel. Metall. Blitzerbleiter. Hm. Jetzt muss ich hoffen, dass nicht die beiden kommen. Weil das ist ein Problem. Kriege ich Leben irgendwoher? Ich kriege kein Leben, oder? Oh. Ich kriege kein Leben mehr. Oh. Das ist schlecht. Oh. Das ist. Ich hasse es. Das ist kein Leben. Kriege. Ich finde es aber schrecklich. Yay. Oh. Warte. Ich habe doppelte. Ich habe genug doppelte. Was bitte? Jo. 18 Schaden nehme ich. Sag ich mir bitte, dass ich jetzt keinen Schaden kriegen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist super. Ich kann jetzt das eine ganze Zeit nutzen. Actually. Doch. Das war okay. Yay. Ich kriege keinen Schaden, oder? Hä? Hä? Warum kriege ich Schaden? Oh. Oh. Ich habe die Aufgabe falsch verstanden. Okay. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Upgrade? Was willst du jetzt machen? Wir müssen Upgrade schmieden. Achso. Rucksack. Gute Frage. Was soll ich machen? Ich warte noch kurz ab. Ich habe nur elf Leben. Das klappt doch wieder nicht mit nur elf Leben. Niemals. Ich mache niemals genug Schaden, die zu töten sofort. Siehst du? Oh weh. Sie macht jetzt mehr Scheiß, denke. Ich denke. Okay. Jetzt muss ich hoffen, dass ich es habe. Und habe ich? Ich habe es. Ja. Aber es bringt mir nicht so viel. Ich verliere dich schon wieder, oder? Das gibt es doch gar nicht. Oh. Ich hatte so einen guten Aufbau. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ey. Die Frau ist eine Katastrophe. Die Erfinderin. Ey. Das ist mein vierter Versuch. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und ich gebe es auf. Ganz ernsthaft. Die Erfinderin kann mich mal. Das ist frustrierend. Ich meine. Der war schon. Ich meine. Er war schon schwer. Ja. Aber das geht aber gar nicht. Und immer. Immer diese. Ah. Dieser. Never mind. Never mind. Ich bin fertig. Danke fürs zugucken. Danke fürs zusehen, wie ich durchdrehe und verzweifle und mir das Spielspaß von dem Spiel verloren geht. Wegen dem einen Charakter. Danke fürs zugucken und tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020